Nicht mal, das griffst du. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, ich dachte so, gut, Haus ist jetzt nach oben. Und was kam dann? Jo, meine Kartoffel-Freundinnen, willkommen zu einer Folge Rocket League mit dem lieben Alex. Hallo. Ja, ich verteidige. Wir haben eben schon einen Rank gespielt. Ich habe das vor Hass direkt gelöscht, die Aufnahme. Und... Ja, wir werden jetzt erstmal... So kassieren. Das ist jetzt... Und jetzt werden wir jetzt mal ein Normal spielen. Ja gut, der eine ist AFK und der andere... Naja. Naja, gut. Aber Alex und ich sind ja immer sehr faire Spieler. Deswegen lassen wir den Gegnern erstmal einen Vorsprung. Ich bin übrigens beide da. Oh, 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 oh. Oh, Mama. Äh, I ain't your mama. I ain't your mama. I ain't your mama. Der kommt sehr schnell raus aus dem Spiel, ne? Finde ich. Aber... Der ist drin! Danke. Das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Hab ich gehört. Guck mal hier. Und... Zack! Oh, da kam was mit. Mit Liebe war das. Kim schüttelt nur den Kopf. Find ich nicht fair. Ich verteidige. Gut. Alex hat die Mitte verkackt. Das kann er besser. Hä? Ich hab's doch... Hä? Behöbel. Den hab ich geblockt! Was? Ja! Hahaha! 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 Ich hätt gar nix machen brauchen, oder? Ich hab den mit ne Hacke angehitet oder so, ne? Dann wollte ich so ein schönes Tor machen, dann ging der nicht mehr rein. Ne, Alex? Alter! Ah! Du hast grad in-game geredet, Digi. Deswegen dachte ich, ich antworte mal. Ja? Wo redet man in-game? Ja, weiß ich nicht. Du hast irgendeine Tasten gedrängt. Ich hab keinen Boost. Du musstest den mal wegschießen. Ich guck gerade... Oh! Oh! Alex! Alex! Hab ich doch! Ich bin, glaub ich, zehnmal im Kreis gefahren. Guck mal! Ja, guck einfach mal! Wumm! Den hab ich! Den hab ich! Hahaha! Aber sonst hättest du mir immer Vorträge übers Driften, ne? Ja... Du fährst, ich bin hinten. Äh, ja. Digga, wir müssen... Der Ball ist rund und das dauert 90 Minuten. Loll. Das Spiel dauert 90 Minuten, lol. Da hab ich aber viel zu schneiden. Kannst du das Ding in die Mitte hauen? In die Mitte hauen, in die Mitte hauen! Ja, in die Mitte, in die Mitte! Jaaaa! In unser? Ja, oder? Hey, cool, der geht rein. Ne, oder? Guck mal in den Chat, er schreibt so ein guter Schuss. Ich nur ganz trocken, danke. Haha! Alex, das müssen wir mal wieder aufholen. Das kann doch nicht sein, dass hier Tore am laufenden Band passieren hier. Ich bin hinten. Ich drücke... Wie immer? Du stellst auf D? Auf F. Und dann rede ich. Äh! Habe ihn geblockt? Habe ihn nochmal geblockt? Weg damit, alter. Scheißen Dreck hier, alter. Ich will das gewinnen! Ich habe immer noch kein Feedback zu meiner Frage von letzter Folge erhalten. Fuck, bin zu schnell gewesen. Danke! Das war der... Ich wollte dich nur wieder umdrehen. Das war der Schub, den ich gebraucht habe. Ich habe den Ball zum Glück angehalten können. Ich habe irgendwie ihn weggeschubst. Ja, das war einer der Gegner, nicht ich. Zum Glück. Leider. Jaaa. Hast du, hast du, hast du, hast du. Klar habe ich den. Oder du. Nee, nee, nee. Schön gemacht, Alex. Wir brauchen ein Tor. Ist das so schwer? Defense. Verteidigung ist viel wichtiger als Angriff. Ja, ja, ja. Nein! 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 Wie ihr seht, seht ihr nichts. Also, wir sind nicht so die Profis in Rocket League. Nee, oder? Ja! Oh mein Gott! Schönes Ding, Alex. Du hast... Das war die Parade des Jahrtau... Aber die Parade war gut. Die war richtig gut. Ja, hast du. Ich wollte gerade hinfahren. Oh, Alter. Chat. Nur Presets. Digga. Den habe ich. Du fährst. Mhm. Mach mal ein Rückwärts, Alter. Oh, Alex, Alex, Alex! Alter! Ähm, ich glaube den mache ich rein. Echt? 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 Nein, ich bin doch nicht! Mitte, Mitte, Mitte! Ich habe keinen Boost! Nein! Ah, fuck! Alex, wir brauchen jemanden im Tor, ne? Bin ich doch. Entschuldigung. Heute läuft nicht so. Naja, wir sind... Wir sind zu aggressiv. Wir sind zu hektisch, weißt du? Wir müssen ein bisschen defensiv. Und wenn wir aus der Defensive kommen, kommen Tore von vorne ganz allein, Alex. Ich bleibe hinten. Okay. Ganz allein, Alex. Von ganz allein. Digga, das gibt es nicht. Die haben aber auch ein Glück, die Gegner. Ey, der fliegt. Hab ihn. Ich bin einfach nur hochgesprungen. Der leckt mich doch am Zickerli. Oh, lol. Der kommt gut. Was? Ah, scheiße. Wenn der jetzt reingeht, ne? Gut. Oh, lol. Er hat ihn nach hinten gehauen. Das wollte ich eigentlich machen. So. Eine Minute, drei Tore. Ist eigentlich machbar, oder? So. Ist eigentlich noch gar hinkriegen. Ja. Ja. Aber lass uns in die Verlängerung kommen, weil dann wird es noch mal spannend. Stimmt. Soll ja nicht zu einseitig werden, ne? Ja. Leo. Hahaha. Oh, 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 oh. Der ist das erste. Nein! Dieser Hurensohn. Ah, ich wollte über ihn rüberspielen, Alter. Die Gegner sind so... Ah, fuck. Nee, oder? Das kannst du doch keinem erzählen, Alter. Aber die Folge geht schon lang. Das ist angenehm. Ein Tor machen wir noch, komm. Haben wir denn 0,5 auf Kadi? Alex, mach ihn rein! Jetzt ist auch egal, welches Tor. Nicht mal, das griffst du. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, ich dachte so, gut, Haus ist jetzt nach oben. Und was kam dann? Dann kam der Hurensohn. Was ne Kacke. Egal, jetzt müssen wir den direkt reinmachen. Er darf ab sofort nicht mehr den Boden berühren. Komm, das kriegen wir hin. Ich hol mir direkt von rechts den Boost. Ah, dann bedanke ich mich. Das war eine witzige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ne? Däumchen wäre Träumchen. Äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Tschö! Bis zum nächsten Mal.